Ganz platt durchschieben. Aber ich wollte nur machen, dass es mit der Spitze reingeht. Ja, in der Wahrheit hat es Angst, dass es dir weh tut. Ich lass uns einfach platt reingehen. So, proben wir die Fläche an, sonst. Jetzt einfach oben durch, aber schmeiß sie weg. Oh, verzwungen im Karton! Ich schließe mal von der anderen Seite rein. Rein. Und die immer so mit einer Seite stecken, klein machen. Die müssen sich immer zukleben. Ich habe die Fläche an. Ich habe die Fläche an. Ich habe die Fläche an. Und dann muss ich die Fläche an. Und dann kann ich die Fläche an. So! Das ist super! Hier ist noch einer! Das ist noch etwas höher. So! Ja! Na dann! Das ist noch etwas höher! Was machen wir aus? Fahrrad! Fahrrad habe ich drauf geredet! Fahrrad drauf! Ich bin damals den Wechsel in den Fahrradkarton genommen! Kürzen! Das sind die Schrauben! Mal gucken, warum es nicht ausgeht! Da wird ja noch mehr dranhängen an den Räufen! Endlich! Was ist das denn? Ich guck mal da rein! Ich guck mal da rein! Noch ein Paket! Es jetzt! Nein! Der war gar nicht bestimmt! Wir sollen mal hingehen benutzen! Bestimmt, Mensch! Na gut! Hast du auch was? Wenn du mal auf Arbeit gehst! Wir legen das mal beiseite! Das brauchen wir dann! Leg mal liegen da dran! Ja! Zieh es mal raus! Ja! Ich guck mal schon mal dran! Alter! Ich hab da schon genug Luft! Oh, das fällst du schon gut an! Ich glaube! Da ist schon dran! Zieh es mal raus! Da ist schon dran! Da ist schon dran! Ja, da ist schon eine dran! Aber die wollen wir nicht! Du kannst doch noch orange! Das ist ja noch geiler! Schon sitzt! Schon alles dran! Das ist bestimmt schon fertig! Ist eigentlich auch schon fertig! Oder ich muss noch die Bremsen und die Schaltung! Und dann? Nein! Mit dem Gummi können wir vielleicht noch was zu machen! Super Idee! Guck jetzt! Leg mal hier das Klärband auf! Ich bin gerade schnell rüber gegeben! Gott! Erledigt! Hier noch mal! Hier noch mal! Hier noch mal! Hier noch mal! Hier noch mal drüben! Und hinten noch mal drüben! Dann kann ich auch noch durch! Dann kann ich schon die Poker abmachen! Okay! Dann kann ich das auch noch falsch! Genau so rein! Dann ist das natürlich! Du hast das scheiße raus! Okay! Durch! Hier ist noch ein Zimson! Das ist nicht mehr Spaß! Jetzt kann ich noch mal drüben! Und die Kette! Und die Kette wollen wir noch unterhalten! Ja! Die Kette müssen wir dann unterhalten, um die Gangschagne besser zu machen! Der ganze Kette ist noch nicht längerer. Der hat weniger abhängt! Und das stehe doch von drin! Oh! Alter! Ist das geil! Und mein Lenker? Ach klar! Ja, ich glaube da passt. Ja, da kommt dann woher rein. Pass? Ja, das machen wir dann schon noch ein bisschen passend, ist alles gut. Wir müssen dann erstmal den Fahrradstand rein. Jemand, hast du meine Wechsel? Ja. Freust du dich? Ja. Ja, du Mönchens. Ich krieg die bei mir hochmannen.